Naja, ich als Innengebirgler, als gebürtiger Gasteiner bin über Umwege zum Triathlon gekommen. Laufen und Radl fahren war immer möglich, das Schwimmen war eher ein Fremdkörper für mich. Ich bin dann über Freundschaft zum Triathlon gekommen und über die Fördersysteme im Salzburger und Österreichischen Verband dann in die jetzige Weltelite und fühle mich da sehr wohl, muss ich sagen. Triathlon für mich ist jetzt weniger ein Sport als vielmehr eine Lebenseinstellung. Also ich bin in alle Sportarten daheim, jetzt nicht nur in Schwimmen, Radfahren, Laufen, ich gehe gerne surfen. Ich gehe gerne am Berg, im Winter gehe ich langlaufen und Alpinskifahren. Wie gesagt, Multisport liegt mein Blut und das verkörpert eben auch der Triathlon und genau deshalb bin ich da daheim. Er hat schon zwei Jahre das gemacht. Ich war eher der faule Teil der Familie, in einer sehr sportlichen Familie. Und er hat mich dann kurzfristig überredet, dass ich mich jetzt zum Triathlon anmeld. Eigentlich eine Woche vor dem Rennen. Ich bin noch nie geschwommen, also grault in meinem Leben. Ich habe dann eine Woche extrem intensiv trainiert und war dementsprechend dann gar nicht so schlecht. Ich bin dann gleich Zweiter geworden beim ersten Kindertriathlon, muss man damals so sagen. Aber da hat mich die Motivation dann gepackt und von da habe ich das mit Leib und Seele betrieben, sage ich mal. Wir verstehen uns super und durch den Sport können wir sehr viel Zeit miteinander verbringen. Wir sind ja beide eigentlich aus Gastein und ich sage halt, wenn jetzt einer den Sport macht, dann ist einer in Rief und einer in Gastein. So sind wir beide heraßen und verbringen sehr viel Zeit miteinander, was eigentlich cool ist. Also da steckt kein Keil zwischen uns oder so. Wir verstehen uns sehr gut, auch wenn der andere mal schneller ist. Ich muss jetzt mal in meinen Bruder schlagen zuerst einmal und dann schauen wir mal, ob die Freundschaft noch immer so besteht. Ein großes Thema ist natürlich die Olympiade in Tokio heuer. Ich werde da als Ersatzmann mit dabei sein für die Abordnung Österreich. Versuche da ein paar Erfahrungen zusammen. Und natürlich ein ganz großes Ziel Olympia 2024 in Paris, wo auch schon der Lounge war mit dem Salzburger Olympiakader. Von dem bin ich Teil und ich würde dann bei den Spielen gerne in meiner stärksten Form in Paris stehen. Ja, also für die Saison sind die größeren Ziele die U23-Europameisterschaft in Kitzbühel, also Heim-EM. Ist natürlich ein großes Ding. Und damit auch die U23-WM-Quali, die muss ich da noch machen. Also die werden wir angreifen auf alle Fälle. Da natürlich auch richtig gut abschneiden. Und langfristig sind für mich auch die Spiele 2024 in Paris interessant. Da muss ich aber noch ein paar Punkte sammeln und schauen, dass ich im World Cup auch noch einen Anschluss finde. Zurzeit im Europacup bin ich schon gut dabei. Aber im World Cup fehlt es noch ein bisschen. Aber da werden noch ein paar Stellschrauben nachgestellt und nachgezogen und dann sollte das auch passen. Der erste Lockdown war für jeden schwierig. Wir jammern auf sehr hohem Niveau, weil wir es am besten betreut sind. Wenn es für wen um die Existenz geht, ist es natürlich viel, viel schlimmer. Und wir haben uns sehr gut organisiert. Ich habe diesen großen Vorteil gehabt, dass das Olympia-Zentrum in Salzburg und mein Arbeitgeber, das Heeresportzentrum, mich abgesichert haben. Ich habe keine existenziellen Sorgen gehabt. Dazu ist der österreichische Triathlonverband gekommen und der Salzburger Verband, die unsere Trainingsmöglichkeiten bestens organisiert haben. Also ich kann mich nicht beschweren und ich bin stärker aus dem Lockdown gekommen, als ich vorher war. Ja, also Anfang war relativ schwierig. Der erste Lockdown, gerade weil die Schwäche bei mir eher beim Schwimmer liegt. Und mit fünf Wochen Pause, das haut die halt als gerade noch schwachen Schwimmer erst recht weit zurück. Die Zeit war eben der Saison-Einstieg letztes Jahr und generell die Saison nicht so das war. Aber wir haben dann eh, also sehr schnell, also nach fünf Wochen muss man sagen, eh wieder schwimmen dürfen im Olympia-Zentrum. Das war eigentlich eh, also da waren wir einer der Ersten in Österreich, sind teilweise schon vor den Schwimmern wieder ins Becken gekommen. Und das war, also da sind wir, das schätzt man sehr, dass wir da so einen großen Vorteil bekommen. Ja, ich denke gerade für ambitionierte Hobby-Triathleten, also da muss man sowieso einfach den Hut ziehen, weil neben der Arbeit noch zwölf bis 15 Stunden Training runterzuschrauben, ist eigentlich unglaublich. Familie auch noch daneben. Dann nicht schwimmen zu können, ist wahrscheinlich für die Motivation nicht besonders gut. Aber ich denke, es sind sehr viele Leute, die den Sport mit Leib und Seele betreiben. Und genau wie ich werden die halt das Beste draus machen und werden sie in ein bis zwei Jahren auch wieder im Schwimmer angefangen haben. Vielen Dank.